Ja und Edelhäuser, das ist vom Stein beim Leberkästernier 2019 gegen Unterlux im Wolkersdorf. Auf Tisch Nummer 8 in der Toastgruppe, Helmsauer gegen Deggel. Helmsauer bekommt 6 Punkte vorne. Helmsauer gegen Deggel. Helmsauer gegen Deggel. Scheiß. Auf Tisch Nummer 3, der Trostrunde mit dem Kowiak, Sieg gegen Körner, Körner begleitet uns einfach die Vorgabe. Körner begleitet uns einfach die Vorgabe. Körner begleitet uns einfach die Vorgabe, Sieg gegen Körner, Körner begleitet uns einfach die Vorgabe. Körner begleitet uns einfach die Vorgabe. Aufsichtsnummer 7 Minuten kurz um den D-Lag in J-Lag am Haft ohne Bumpe von Gabri. Aufsichtsnummer 7 Minuten kurz um den D-Lag. 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 Aufsichtsnummer 7 Minuten kurz um den D-Lag.